So, naja. Jetzt hier geht's nach unten. Das bedeutet, sie geht immer nach rechts und wir machen mal 30 Blöcke, würde ich sagen. Und dahinten haben wir so... Ah gut, Zombie mit ner Rüstung! Ah gut. Skyrim Head! Geil! Habt ihr die Herungsschaft gesehen, so hinter dem... äh, hinter der Map? Skyrim Head! Oh, Skyrim! Skyrim ist echt geil! Wollte ich noch mal so gesagt haben. Das ist wohl schon das Stichwort Skyrim fällt. Und dann geht's auch schon weiter. So, sind wir hier tief genug, ohne irgendwas Wichtiges zu zerstören von uns? Haben wir hier unten irgendwas Wichtiges? Ich hoffe nicht. Wenn nicht. Der Boden können wir nicht zerstören, weil der gar nicht da hinfahren wird. Okay. Wir machen jetzt die Kohle in den ersten Slot. Und jetzt gebe ich hier ein Excavate. So, jetzt ist die Frage. Wie weit soll er? Ich bin gerade am überlegen, ob ich 35 machen soll. Aber dann bin ich jetzt am überlegen, ob eine ungerade Zahl unpraktisch ist. Machen wir mal. Oh ja, genau. 34 würde ich sagen, oder? Excavate 34 würde bedeuten... Äh, das ist auf jeden Fall auch mein Grundstück. Mein Grundstück ist nämlich 42 Blöcke breit groß. Und dann haben wir hier noch ein bisschen. Und das ist gerade, was immer gut ist. Dann machen wir los. So, ihr seht ja auch schon den Vorteil der Tatten. Und das Ganze hier nochmal ein bisschen tiefer. Wir geben hier Kohle rein. Und sie baut uns hier automatisch ein Teil hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Und sammelt uns die Ressourcen ein. Und, äh, naja, das Wort ist einfach so unter. Und jetzt suche ich mal was. Und zwar suche ich jetzt einen Trichter. Ups, aber Trichter heißt er ja eh nicht. Wie heißt denn das Teil auf Englisch? Verdammt, bei dem weiß ich es nicht. Ich kenne ihn nur als Trichter. Muss ich ihn jetzt suchen, oder was? Das ist ja hier Trichter. Trichter ist doch leicht. Fällt mir denn der Scheiß nicht ein? Ich gucke hier mal durch, während ich überlege. Trichter, Trichter. Hoppa, natürlich Hoppa. Äh, klicke ich jetzt gleich drauf, mein Lieber hier? Ne Chest und Iron drumrum. Okay, ne Chest schon wieder. Irgendeine leere Chest? Nö, das haben wir keine leere Chest mehr. Okay, dann baue ich jetzt eine volle Chest. Mit ein bisschen Holz. Und halt mal hier mehrere. So, ich mache einfach mal ein bisschen mehr Holzplanken. So, wir brauchen insgesamt zwei Poppatter, glaube ich. Aber wir brauchen nur noch ein paar Chests. Wir brauchen sogar noch mehr. Warte mal. Wir brauchen noch mal zwei Holz für noch mehr Chests. Ja, ja. Wir chesten hier alles voll, du. Oder war das jetzt zu viel? Ne, das passt, glaube ich, perfekt. Jetzt, gleich gucken wir auch nochmal nach der Turtle, ob die gut arbeitet. Irgendwann müssen wir auch Kohle nachfüllen und so. Iron. So, wie war das jetzt? So, da die Kiste rein und dann irgendwie so. Genau. Damit bauen wir zwei Hopper und haben noch zwei Chests übrig. So war's geplant. So, jetzt haben wir die Turtle da hingesetzt. Das bedeutet, sie fährt genau hier hin. Das bedeutet, wir müssen hier und hier freimachen. Und dann hier die Hopper hinmachen. So. Hoch. Hoch. Jetzt kriegt der hier schon wieder so dumm rum, obwohl ich mich zurück. Na komm, jetzt müssen wir das relativ tief bauen. Hier ist auch noch so ein provisorischer Eingang. Das werden wir später wohl noch ein bisschen verbessern. Ups. So. Hier. Ich bin da immer gewohnt, dass es auf der zweiten Bogen ist. Hoch. Da wird sich die Turtle auch noch später reinbuddeln. Bzw. sie kann dann auch schweben da drin. Und ich glaube, wir hören schon die Turtle. So. Wir müssen gucken, dass hier auch nichts zerstört. Vor allem in den unteren Schichten. Müssen wir gucken. Hier dürfte aber eigentlich nichts kaputt gehen. Hoppala, wäre hier fast runtergefallen. Hier dürfte sich irgendwann mal langbuddeln. Aber eigentlich müsste alles im grünen Bereich sein. Und andererseits würde ich aber auch gerne mal da auf die Hopper gehen können. So. Hier sehen wir schon, wo sich die Turtle langbaut. Da sehen wir schon, hinten fährt die Turtle lang. Also wir sehen, sie kann auch schweben. Und ich bin einfach total begeistert von dieser geilen Turtle. Ist einfach so cool. Wir buddeln uns hier mal ein bisschen lang. Dann muss ich ja später nicht mehr graben. Das macht ja nichts. Die fliegt da, wie gesagt, einfach drüber. Ich komme hier aber nicht drüber. Na, praktisch. So. Hier müsste die, ähm... Wenn die voll ist. Ist immer ein Tag und der. Fährt die hier zurück. Um das mal ganz kurz hier. Für die, die es sich damit noch nicht auskennen, mal was zu erklären. Fährt die genau hier hin zurück. Wo ich sie losgeschickt habe. Und da hakt die Tastatur schon wieder. Oder Minecraft besser gesagt. Schmeißt die alle Items raus. So, man kann auch Programme machen, dass das irgendwie eine Kiste macht. Aber so weit bin ich noch nicht. Schmeißt die alle Items raus. Diese werden von den Hoppern eingesammelt. Warum haken das immer so? Und dann durch die Hopper hier in die Truhe transportiert. Hier rein. Und dann sehen wir, ist noch keine Ladung da. Also sind noch nicht so weit, dass das Inventar von der voll ist. Wir könnten das theoretisch auch anschauen. Wenn die hier mal da wären. Da kommt sie ja schon. Ops. Hier sehen wir das Inventar der Törtel. Das heißt, sie hat schon ein bisschen Eisen abgebaut. Eine Fackel irgendwo von der Höhle wahrscheinlich. Erde. Und natürlich Korbel. So, voll ist sie noch lange nicht. Ich glaube, die hat so ein großes Inventar wie eine Einerkiste oder so. Naja, irgendwann ist sie auf jeden Fall voll. Dann kommt sie zurück. Und wenn sie Kohle braucht, geht sie auch hierhin zurück. Und will, dass sie wieder Kohle einfüllen. Jetzt aber das Problem, wenn wir den Chunk verlassen, bleibt die einfach stehen. Und das ist irgendwie nicht so praktisch. Und deswegen kann es sein, dass sie eben manchmal stehen bleibt. Da könnte man sich, glaube ich, einen Chunk-Loader machen. Aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Und das heißt, wir müssen öfters mal nach der gucken, dass die, wenn wir weiter wechseln, dass die nicht stehen geblieben ist. Und, ja, müssen die dann gegebenenfalls abbauen. Was, glaube ich, ganz normal geht. Bzw. doch, das müsste es eigentlich geben. Hoffe ich mal. Da gucke ich nochmal. Wahrscheinlich test sie dann vorher nochmal. Wenn nicht, müssen wir die dann irgendwie zurückfahren lassen. Aber das dürfte ich auch hinkriegen. Im Notfall. Aber das ist eigentlich nicht so das Ding, das ich haben will. Weil die auch in einer Ruhe. Naja. Ich gucke erstmal, ob dann im extra Game, ob man die einfach abbauen kann mit der Spitzhacke. Oder ob ich da, ob die kaputt mache. Zum Beispiel den Computer kaputt mache. Oder die Spitzhacke kaputt mache. Das wäre das allerbeste. Ja, aber ich glaube, es kommt jetzt sogar die Mining Turtle raus. Ja doch, ich glaube, es kommt jetzt die raus. Aber wenn nicht, wie gesagt, nicht verzagen. Pilzscher-Fragen. Und, äh, ja. Wir bauen uns hier mal so einen kleinen Gang. So, dass wir hier... Ach, ich bin einfach so ein... Ich glaube, ihr merkt schon, dass ich ein bisschen... Ach, diese Turtles. Diese Schildkröten. Die nehmen einem alle Arbeit ab. Und jetzt können wir hier... Die buddeln uns jetzt hier in den schönen Keller. Wir haben hier einen Wohnbaum, von dem wir aus uns später auch direkt in den Keller gehen könnten. Wenn wir dann auch so runterbauen. Ach Gott. Das wird so cool. Komm her, Zombie. Ach, da ist die Zombie. Immer diese Akkut-Tummis. Die Nerven! Die Turtle sollte ich... Es gibt auch Turtles mit so... Ähm... Schwertern. Aber die sind ein bisschen irgendwie... Keine Ahnung. Hier sehen wir schon, hier war jetzt gerade die Turtle. Das bedeutet, die wird hier auf der Ebene alles abbauen. Was bedeutet hier... Das hier kommt auch noch weg. Was bedeutet, wir haben diese eins... Zwei... Das bleibt, glaube ich, gerade noch stehen... Ja, das muss doch stehen bleiben. Also wir haben hier so ein paar Schichten. Was bedeutet, hier oben bleibt alles unberührt. Aber alles ein bisschen tiefer wird dann abgebaut. Also da unten... Ja, da hat sie schon abgebaut. Naja. Ich bin... Ach Gott. Diese Turtles. Die sind einfach so toll. Haha. Turtle, Turtle, Turtle. Naja. Auf jeden Fall können wir uns damit hier automatisch... Also ohne... Ab jetzt muss man nicht mehr so viel in die Höhlen tun gehen, weil die Turtle eigentlich alles los macht. Und dann muss alles hier unten ankommen. Ups. In der Kiste natürlich. Und dann müssen wir nur irgendwann mal wieder die Kiste entleeren, wenn sie voll ist. Was eigentlich relativ schnell sein dürfte. Und zwar nach zweimal Turtle Ladung, wenn die tatsächlich das Inventar einer einzigen Kiste hat. So, eigentlich warte ich jetzt hier auf meinen Baum, der immer mal wachsen sollte. Die muss ich dann aushöhlen und dann kann ich da... Was ist das da oben? Ist das eine Wolke? Ich bin mir da jetzt grad nicht sicher. Jetzt fahren wir mal ausnahmsweise hochfliegen. Komm, wir fliegen mal ganz ausnahmsweise hoch. Wir cheaten ja nichts. Oh. Okay. Das sieht ja nicht um so. Ich nutze das wirklich nur, um ganz kurz zu gucken, ob das hier auch so... Das sieht aus wie so ein Riesenbaum, aber ich glaube eher, dass es eine Wolke ist. Aber vielleicht sind ja hier jetzt auch Wolken, wo man drauf laufen kann. So richtige Wolken halt. Ist das eine richtige massive Wolke? Cool. Eine halb massive Wolke. Was ist denn das für ein geiles Ding? Hey, ist es in normalen Minecraft auch drin? Ich kann mich gar nicht mal erinnern. Es gibt Wolken, wo man drauf laufen kann theoretisch. Auf welche Höhe sind wir denn? Doch, 200. 256 kann man bauen. Die kann man theoretisch auch noch erreichen. So, die Frage... Ah, da. So, wir werden jetzt auch gleich wieder aus dem Game Mode rausgehen. Ich wollte wie gesagt nur gucken, ob das hier... Vielleicht hilft es, wenn wir den Baum hier künstlich beleuchten. So, also ihr seht hier, ich bin wieder ganz normal. Ich habe es wirklich nur gemacht, um zu gucken. Ich muss aber echt nicht. Oder ist das auch wieder ein Mod? Wahrscheinlich. Ich muss doch wissen, das wäre ja super, wenn es was gäbe. Naja. Und wir hören natürlich die ganze Zeit die Turtle. Ist eigentlich sehr gemütlich beim Einschlafen. Ach, diese Turtle. Ich muss immer noch der Cook kennen. Es tut mir leid. Aber ich weiß gar nicht, was hier so kommen sollte. Wir könnten anfangen mit dem Energie-Gedöns. Da baue ich uns erstmal... Ja, komm, wir fangen jetzt an mit dem Energie-Gedöns. Eigentlich wäre eine kleine Wohnung schon mal nicht schlecht. Aber ich möchte eigentlich auf den Baum warten. Wir bauen mal so schnell so eine Kapp ist im Notuntergrund, oder? Weil, das ist eigentlich nicht so geil, oder? Ne, ich glaube, das lasse ich. Doch, doch, doch. Soll mein Grundstück leuchten? Soll ich hier die Kohle natürlich in der Turtle drin? Ich schritt hier wieder leise, aber ich habe hier auf jeden Fall die Turtle in der Kohle drin. Die Kohle in der Turtle drin, natürlich. Ich suche das hier einfach E. Und jetzt suchen wir mal Generator. Hallo? Eigentlich hätte ich lieber so einen anderen, so einen richtigen Generator. Nicht so was. Hier. So einen Energie-Generator. Und hier, was ist denn das? Warum, was hat denn das? Ach, weil die alle EU produzieren in Generator. Ich verstehe schon. Was haben wir hier? Locked Chest. Da. Generator Geothermal Generator. Ich nehme natürlich hier den normalen Generator. Und da sehen wir schon... Oh Gott! Wir brauchen einen Ofen. Wir brauchen einen Machine Block. Wir brauchen eine AI-Buttonie. So. Wir brauchen einen Iron Furnace. Der Iron Furnace werden wir wohl tatsächlich für das bauen? Weil ich noch nicht weiß, ob ich das oder das nehme. Also. Ich glaube, ich baue das andere. Kann ich hier irgendwie wieder zurück? Hallo? Hallo? Hoopala. Jetzt war es nicht so schnell. Ich glaube, ich baue das da. Machine Block brauche ich. We find Iron. Okay. We find Iron machen wir, indem wir hier tatsächlich... Das war für die normalen Minecraft-Spieler erstmal etwas komisch zu kommen. Aber wir müssen natürlich Eisen in den Ofen machen. Ja, ich weiß, es sind keine Eisen im Gitz. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen im Gitz. Und wir sehen schon, das reicht... Oh, wow, wow, wow. Hier ist ja die Hölle los. Ach, die Turtli! Hallo? Turtli? Turtli, rede mit mir! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss mich hier echt ein bisschen zusammenreißen. Es ist schon wieder... Nee, eigentlich ist es nicht spät. Naja, gut. Eisen haben wir immer noch. Iron Ingots. Iron, Iron... Iron? Tin? Ah, wir haben noch so Iron. Das haue ich auch mal rein, damit wir hier erstmal... Halt mal! Halt mal! Halt mal! Bloß nicht! Bloß nicht! Bloß nicht! Das tut mir leid. Mehr Eisen werden wir uns nicht machen. Denn später können wir die Items verdoppeln. Und das werden wir natürlich nutzen. Sobald wir das können. Und ich sollte aufhören, so zu reden. Denn das geht ziemlich auf die Nerven. Mhm. Und... Ja. Auch ein bisschen auf die... Keine Ahnung. Ja, aber die Schleimwelle zu essen sind eigentlich... Das ist geil, eigentlich. Also ich meine... Die laufen hier überall nachts rum. Und man kriegt ein... Ich glaube, ein Essen kriegt man sogar davon. Und dann wird nicht vergiftet. Das ist dann einfach mal so vergiftet. Aber... Gut, ich muss ja nicht... Ich riech den Schleim hier nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht in echt essen. Aber... Wobei, vielleicht... Würdet ihr Schleim in... Oh Gott, jetzt hat dann eine neue Kohle angefangen. Dann schmeiß ich doch noch mal... Zwei rein. Nein. Ich schmeiß noch eins rein. Weil es kann sein, dass ihr doch noch eine Kohle dann noch nimmt. Das wäre unpraktisch. Deswegen schmeiß ich noch eins rein. Es kann sein, dass ich... Ich glaube, ganz zwischenzeitlich hatte ich das kurz draußen. Und es ist alles Millisekunden genau abgestimmt. Und dann wäre das... Oder Tick, genau. Und dann wäre das ja nicht so praktisch. Weil dann wird's... Nur ein... Ähm... Wird's für ein einziges Eisen, was man ganz kurz noch braucht, wird's dann eine ganze neue Kohle anfangen. Das wäre unpraktisch. Und bei der Turtle muss man sagen, Kohle ist das einzige, was man selbst noch ein bisschen farmen muss eigentlich. Ja. Aber theoretisch kann man das hier auch dann einen Baum wegholzen und dann daraus Charcoal machen und dann ist das alles ganz cool. Ja. Ja.